Wenn eine Mannschaft 8 zu 0 gewinnt, dann könnte man auch gut über die Stürmer sprechen. Aber man hört es ja, wer hier gefeiert wird und welche Nachnamen man hört. Eschlimann, Eschlimann, Eschlimann. Alle wollen es sehen. Nach diesem Match ist Ihnen heute ein besonderes Kunststück gelungen, das andere Eschlimann? Ja, es ist sicher perfekt gelaufen. Aber wir haben wirklich als Mannschaft 22 Mal genau das gemacht, was wir haben versucht umzusetzen. Und es ist uns sehr gut gelungen. Was war der Plan? Mehr die äusseren Schüsse, ich habe die Mitte zu tun. Und wieso will Biela so gefährlich sein, auch mit der Diagonalpässe? Genau so ist es, ja. Aber, aber, es sind dann doch noch so viele Schüsse aufs Goal, aus gefährlichen Positionen. Also es hatten ein paar magistrale Dinge darunter. Ja, am Schluss des Tages ist es mein Job, die Böcke zu halten. Und heute ist es mir sicher ein bisschen besser gelungen als auch schon. Und das freut mich, ja. Jetzt spielen Sie das irgendwie recht ab, oder? Sie haben heute einen Riesenmatch gespielt. Schade auch gegen den Leader, der offensiv auch so stark ist. Ja, ich glaube, wir dürfen nie zu hoch oder nie zu tief sein. Von daher versuche ich wirklich auf einer Linie zu bleiben. Auch jetzt eben, heute war es ein super Match. Alles ist genau nach dem Gameplan gelaufen. Ein anderes Mal geht vielleicht ein bisschen weniger. Von daher bin ich einfach zufrieden. Und mit mir diesen Tag heute so. Sie mussten ja lange auf Ihre Einsätze warten. Es hat viel Geduld gebraucht und irgendwie auch ein positives Mindset. Und jetzt sind Sie reinkommen und performen gerade so auf dem Weg. Der beste Ashley Mann ever. Ja, für mich war es einfach nie aufgeben. 100 Cent arbeiten jeden Tag. Im Training wie im Match. Und ja, jetzt belohne ich mich mit dem, dass ich nie aufgeben und immer dranbleibe. Danke vielmal. Alles gut. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Tee.